servus und hallo willkommen bei luxify bei einem halbwegs spontanen spezial zu einer sensation rolex steigt ins cpo geschäft ein ins certified pre-owned geschäft wobei so eine sensation ist das für euch wenn in diesem kanal hier schon länger folgt nicht ganz denn wir haben bereits im februar darüber gesprochen dass das passieren wird ihr wusstet also schon lange bescheid jetzt aber zum ersten zwölften ist es offiziell rolex wird cpo händler hat sein eigenes cpo programm gelauncht und ja da dachte ich da müssen wir doch mal drüber reden eigentlich wollte ich gerade zum friseur aber das muss ich dann wieder vertagen tut mir leid das programm kommt im grunde genauso wie ich damals schon darüber gesprochen habe mit einer ausnahme ein punkt der ist anders und das hat mich tatsächlich etwas verwundert jede rolex uhr nämlich kann in dieses cpo programm aufgenommen werden wenn sie mindestens drei jahre alt ist also der kaufzeitpunkt mindestens drei jahre zurückliegt was man ja anhand der karten ganz gut feststellen kann weil die ja elektronisch bei rolex aktiviert werden und dann wissen sie genau ist die uhr schon drei jahre am markt oder eben nicht jede uhr bedeutet auch jede aktuelle referenz die mindestens drei jahre schon im programm ist und das sind ja tatsächlich die meisten der begehrten uhren sprich stahl detonar sprich pepsi bald dann auch die grüne sub die noch nicht aber bald und ich finde das schwierig ich habe da nicht mit gerechnet ich finde es extrem schwierig weil was bedeutet das letztlich es bedeutet ihr geht zu einem rolex konzessionär der hat alle tollen uhren in der auslage draußen am schaufenster mit dem schönen schild vor exhibition only und dann geht ihr rein und dann kriegt ihr die gleichen uhren die gleichen referenzen nur eben mindestens drei jahre alt könnt ihr sofort mitnehmen aber nicht zum listenpreis sondern dann zum zweifachen und mehr keine ahnung das finde ich hart ihr könnt ja mal auf die webseite von buchera schauen da sind schon einige rolex certified pre-owned modelle gelistet schaut euch da mal die preise an ich möchte jetzt gar nicht hier so viel mit details nerven oder lest den artikel den ich gestern in den blog eingestellt habe da habe ich auch so ein paar beispiele schwindelerregende beispiele genannt verlinke ich euch natürlich und die frage die sich da stellt ist natürlich was passiert wenn die preise jetzt wirklich sinken die marktpreise sinken wenn die verfügbarkeit steigt wenn man nicht mehr wieder lange auf eine begehrte rolex warten muss ergibt dieses programm dieses cpo programm in der form wie rolex das anbietet für einen konzessionär wirtschaftlich dann überhaupt sinn damit zu machen das ist eine gute frage und vielleicht wird das ein bisschen klarer wenn wir uns das programm anschauen worum es da genau geht wenn ihr so eine uhr kauft was bekommt ihr dann überhaupt ihr bekommt die uhr die uhr wird dann aussehen wie neu wie frisch aus dem laden gut ist ja auch irgendwie frisch aus dem laden ihr bekommt ein spezielles etui dazu ihr bekommt ein eigenes cpo siegel was rolex gemacht hat dann ein wartungsheft und ein garantie heft ist dabei und das garantie zertifikat das ist eine karte die sieht aus wie die garantie karte die ihr bei der neuen rolex bekommt nur eben eine andere farbe so das ist dabei dieses garantie zertifikat das bestätigt gleichzeitig die echtheit der uhr und das ist ein sehr wichtiger punkt bei diesem programm was dieses programm gegenüber allen anderen certified pre-owned programm anderer ja nicht hersteller aber anderer sekundärhändler und so weiter unterscheidet denn nur rolex kann wirklich 100 prozent sagen mit blick in die archiv und so weiter match da alles oder nicht also das ist schon ein ordentliches feature was es da gibt und was eben anders ist als bei anderen gebraucht uhren kauf käufen auf diesem zertifikat ist das baujahr der uhr allerdings nicht vermerkt da ist einfach nur seriennummer drin und und halt wann entsprechend das ich denke mal es wird dann wieder logisch beim verkauf wird das dann aktiviert wieder und dann gilt diese garantie zwei jahre es ist natürlich dann auch so bei uhren die ab 2010 produziert wurden weil damals ist rolex ja hingegangen und hat die seriennummern geändert man hat ja immer einen buchstaben vorangestellt und dann von 0 bis 99999 und da konnte man genau sehen von wann ist die uhr dann 2010 wurde das geändert man könnte heute schon sagen in weiser voraussicht aber das glaube ich jetzt nicht so ganz auf einen zufallsnummern generator basiertes system dann kann die seriennummer also nicht mehr einem jahr zuordnung das geht nur noch mit der original garantie karte wo das kaufdatum draufsteht wenn die aber nicht mehr dabei ist sondern nur noch diese cpo karte dann ist es nicht mehr möglich zu sagen wie alt die uhr ist das finde ich sehr sehr spannend kann aber auch verstehen dass rolex da ganz gut dran gelegen ist das so zu handhaben wenn die alten papiere dabei sind oder wären dann könnte man ja dann trotzdem noch sehen von wann ist die uhr und das ist eine frage was passiert mit diesen papieren oder mit dieser garantie karte wird die einbehalten eine frage von vielen die jetzt seit gestern im forum kamen und auf die ich heute hoffentlich die allumfassende hoffentlich allumfassenden antworten habe wenn es irgendwas gibt was danach immer noch unklar ist dann schreibt sie bitte in die kommentare oder ins forum und dann versuche ich das auch noch irgendwie zu klären fangen wir mal an mit der frage wer kauft die uhr überhaupt an ist das der konzessionär oder ist das rolex direkt über den konzessionär es ist tatsächlich der konzessionär der kauft die uhr an und der wird neuer eigentümer wo er folgt die prüfung der konzessionär vor ort schaut sich natürlich die uhr an der macht die erste prüfung der schaut ob er die uhr überhaupt ankaufen will der macht einen preis einen ankaufspreis und anschließend geht die uhr dann zu rolex sie geht nicht zu rolex genf zwangsläufig sondern wenn es eine eigene lander länder niederlassung hat wie beispielsweise in deutschland rolex köln dann geht die uhr dorthin so dort und nur dort wird dieses echtheitszertifikat aufgestellt ausgestellt nur dort kann die uhr auf echtheit überprüft werden das kann nicht der konzessionär vor ort machen das muss rolex selbst machen so danach wird jede uhr des rolex certified pre-owned programms einer revision unterzogen und zwar sowohl werksrevision als auch aufarbeitung von gehäuse und von band damit sie dann aussieht wie neu da gibt es keine ausnahme jede rolex ist also ganz frisch revidiert die uhr bekommt dann ihr cpo set also siegel karte etc dann kann sie vom konzessionär wieder verkauft werden der preis für den die uhr verkauft wird der wird wiederum vom konzessionär gemacht nicht von rolex selbst das heißt also wenn wie im fall von bucherer jetzt aktuell man ich weiß gar nicht was sie drin hatten aber gestern drei hulks oder zwei hulks und drei normale 116 610 ln und die hatten alle immer jeweils den gleichen preis untereinander oder auch die gmts das ist also eine entscheidung von bucherer das ist nicht so dass das eine vorgabe von rolex ist entsprechend ist auch bucherer in dem fall dafür verantwortlich ob jetzt die preise sie anpassen nach unten oder nach oben korrigieren was auch immer bucherer ist aktuell der einzige konzessionär der zum start bei diesem cpo programm dabei sein darf ab 2023 kann aber jeder konzessionär diesem programm beitreten sofern er seinen sitz hat in deutschland österreich schweiz dänemark frankreich oder uk so das sind die länder mit denen das ganze programm beginnt nur rolex konzessionäre bekommen dieses cpo zertifikat dieses echtheits zertifikat ausgestellt für ihre uhren das ist auch ein ganz wichtiger punkt wenn ihr also bei einem grauhändler kauft und der hat so eine uhr mit so einem zertifikat dann kann theoretisch es sein dass trotzdem an der uhr inzwischen schon irgendwas geändert gefummelt wurde oder was auch immer getauscht da seid ihr also nicht mehr sicher sondern nur wenn ihr wirklich so eine uhr bei einem rolex konzessionär kauft dann seid ihr wirklich zu 100 prozent sicher und ich glaube das ist auch das worum es geht es geht also wahrscheinlich weniger um leute die wie wir da in dem thema extrem drin sind und sowieso schon immer in verschiedenen teilen des marktes gekauft haben sondern wirklich um leute die angst haben eine gebrauchte uhr zu kaufen aus angst die könnte gestohlen sein die könnte gefälscht sein oder was auch immer damit alles passiert sein könnte für die ist das natürlich sensationell weil die haben die hundertprozentige sicherheit und ich glaube ich bin mir ziemlich sicher außerhalb wenn wir mal unsere uhren community bubbles verlassen dann sind das gar nicht mal so wenig leute die da auf sowas anspringen werden und die dafür natürlich bezahlen bereit sind einen entsprechenden aufpreis zu zahlen vielleicht merken sie auch gar nicht dass sie aufpreis zahlen weil einfach sie gar nicht so firm sind mit mit anderen großen handelsseiten wobei wenn das schildchen von der original uhr also von der neu uhr daneben liegt und die gebrauchte dann das dreifache kostet wird es ihnen wahrscheinlich auch auffallen aber gut jetzt kam die frage auf was passiert denn nun mit original papieren original box booklets kaufrechnung also allem was so das ausmacht was wir als full set lieben wenn das beim kauf der uhr ankauf der uhr dabei war also rolex certified pre und programm uhren kommen mit dem neuen etui mit dem neuen siegel mit der neuen karte mit den neuen booklets so werden sie überreicht that's it nur so das ist der deal so kommen die uhren zum kunden aber der konzessionär der die uhren angekauft hat dem steht es natürlich frei wenn da anderes zubehör dabei war das quasi in den schrank zu legen solange bis die uhr wieder von rolex zurückkommt und das einem zukünftigen käufer dann als beiwerk als package dann noch dazu zu geben das ist also eine einzelfall entscheidung da mischt sich rolex selbst auch nicht ein das ist also sache des konzessionärs wie er das handhaben will ähnlich sieht es aus mit dem punkt der auch angesprochen wurde vintage uhren tritium zifferblätter tritium zeiger was passiert damit auch das ist sache des konzessionärs er ist eigentümer der uhr er kann entscheiden wird das ganze getauscht zu super luminova oder bleibt es so wie es ist in der uhr das finde ich eine ganz gute nachricht in bezug auf vintage das hat mich gefreut und das lässt so ein bisschen hoffen wie wird sich das ganze nun auf die marktpreise auswirken es ist klar dieser service wird von rolex sicherlich nicht kostenlos zur verfügung gestellt die konzessionäre müssen dafür zahlen und das wird schon ordentlich geld kosten wir wissen was eine revision kostet minimum da kommt sicher dann noch was drauf für die ganze drumherum und die zertifizierung und so weiter also klar müssen diese uhren teurer sein die sind wenn man bei buchere aktuell guckt teurer deutlich teurer als das was im markt verlangt wird sehr deutlich teurer ob das so funktionieren wird weiß ich nicht wie das angepasst werden wird und was vor allem der restliche sekundärmarkt da macht wie der seine preise entsprechend orientiert das wird sehr spannend das müssen wir uns anschauen und auch was mit der neuen fabrik ist in bül bül heißt das ganze nicht bül und auch nicht bulle sondern bül habe ich mir sagen lassen vielen dank dafür und es ist immer schön zu wissen dass ich nicht grundlos wegen französisch damals von der schule geflogen bin also diese fabrik ist die vielleicht zur aufarbeitung der dann tausenden von certified pre und jeden tag die weltweit reinkommen da die antwort wird es noch im dezember geben das offizielle statement aber nicht heute da müssen wir also noch mal drüber reden in der nächsten weekly session vielleicht schon wer weiß für heute war es dass ich wollte euch nur kurz und knackig informieren freue mich natürlich wenn es gefallen hat wenn ihr noch fragen habt schreibt mir im forum hier ich freue mich über eure kommentare ich freue mich über euer like und lasst mir ein abo da gerne und lasst euch benachrichtigen wenn es was neues gibt ja ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes wochenende hier schneid es hier wird alles weiß das finde ich jetzt weniger cool wird es nichts mehr mein friseur heute gehabt euch wohl bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin